Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um die iPhone-Kameras gehen und zwar wie sie sich in der Laufe der Zeit, in der Laufe der iPhone-Generation verändert haben. Und wir haben hier schon das originale iPhone und das iPhone 3G. Aufnahmen von, ich glaube, einer Geige oder sowas soll das sein. Und ja, wir sehen schon, das sieht echt gerässlich aus. Also das möchte man keinem mehr zumuten, diese Qualität. Obwohl man sagen muss, beide haben 2 Megapixel und die Bilder vom iPhone 3G sehen, finde ich, besser aus als vom originalen iPhone. Das liegt wahrscheinlich am Bildprozessor, der dafür verantwortlich war oder ist. Und das sieht nicht ganz so grässlich aus, sieht aber schon echt heftig aus. Und jetzt kommt, finde ich, eine Überraschung, wie viel doch ein Megapixel ausmacht. Und jetzt sieht man das iPhone 3GS. Das hatte nämlich eine 3 Megapixel-Kamera. Und da sieht man, wow, das sieht wirklich deutlich besser aus. Also hier ist es ziemlich weiß, also diese Plastikteile an diesem was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht, es wurde auch nicht beschrieben, was das ist. Und das ist wirklich ziemlich weiß, also das ist der Weißwert, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber ziemlich hoch. Und es sieht deutlich besser aus, kann, glaube ich, auch jeder bestätigen. Und darunter sieht man dann ein Bild mit dem iPhone 4 aufgenommen. Dort ist der Kontrast besser, also finde ich, also sieht insgesamt besser aus. Zum Beispiel die Schraube sieht ein bisschen goldener aus als vom iPhone 3GS das Bild aufgenommen. Und ja, kommen wir nun mal zu den neueren Kameras, also zum iPhone 4S und iPhone 5, wo ja die gleichen Kameras eingebaut sind. Und ja, da sieht man fast keinen Unterschied mehr. Sie sehen wirklich echt top aus, die Bilder, da kann man nichts sagen. Und hier sieht man sogar an diesen weißen Plastikdingern so kleine Rillen, die hat man bei den anderen nicht gesehen. Und hier sind nochmal alle Bilder zum Vergleich. Und ja, also ich finde, mit dem iPhone 3GS bis iPhone 5 kann man echt noch super Bilder machen. Davor geht gar nicht, aber sonst hat sich die Qualität auf diesen Bildern nicht sehr verändert. So diese kleinen Strukturen wie von diesen Rillen in diesen Plastikdingern, okay, das schon. Aber insgesamt ist der Unterschied doch dann nicht so groß, wie ich finde. Wahrscheinlich auf größeren Bildern sieht man da, ist der Detailreichtum natürlich beim 4S und 5 war natürlich wahrscheinlich nochmal größer. Dann habe ich hier nochmal ein Bild vom Empire State Building. Hier sieht man das doch schon deutlicher zum iPhone oder dem originalen iPhone muss man nicht sagen. Es sieht wirklich nicht schön aus. Beim iPhone 3G doch schon deutlich besser, obwohl es ja immer noch die gleiche Kamera ist. Dann das iPhone 3GS sieht doch schon annehmbar aus. Ich finde, dann wird es ein bisschen schlechter wieder beim iPhone 4. Da sieht man zum Beispiel bei dieser weißen Satellitenschüssel, da sieht es ein bisschen unscharf aus, meiner Meinung nach. Und der Himmel ist ziemlich, ja, so rauscht ein bisschen. Okay, beim iPhone 3GS, da ist der Himmel ziemlich dunkel, muss man sagen. Und dann, finde ich, sieht man doch nochmal einen Unterschied vom 4S zum 5er. Wenn man da jetzt auf die, ich weiß nicht, wie das jetzt im Video rüberkommt, wie genau. Ich glaube, ich rendere das mal heute dann in der besten Auflösung und lade es dann auch hoch. Und da sieht man jetzt an der Schüssel, dass es da ein bisschen, ja, noch ein bisschen rauschend ist an diesen Satellitenschüsseln. Und dann beim iPhone 5 ist es eigentlich nochmal, noch eine Steigerung da. Da sieht man wirklich alles ganz klar und da sieht man dann, außer der Himmel, der sieht dann wieder so ein bisschen rauschend aus. Also da fuchtelt Apple wirklich echt viel rum an den Kameras. Also ich glaube, da werden sie nie die optimale Lösung finden. Aber die iPhone 5 Kamera ist natürlich im Moment wahrscheinlich auch eine der besten. Das war's eigentlich zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nein, dann runter. Ein Abo wird uns auch freuen. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.